So, ich bleibe auch noch angedreht. Ich habe nie noch mit Reklärmung gemacht, aber 35 Mann. Und zwar drei Erschießungen für jede 35 Mann, damit das recht weit in die Einheit hineinging. Verstehst du? Das ist keine angenehme Geschichte. Ja, und wenn ich da eben dann wie Andreas Hölber irgendwo da schreit mit dem Schießen, warum schießt der schlecht? So, und übernimmt desertierte Aktivstelle. Wir kommen müde, das so ist, wenn jemand sich von der Truppe entfernt, ja, und nach militärischem Gesichtspunkt ist, ja, ist selbst strafbar. Ja, und wir waren mit dem Vorführkommando 35 Mann, und bei, in unserem Ball war es ein junger Mann aus Köln, das wurde uns ja nicht, die Vorführer haben es wohl gesagt, beziehungsweise waren es da vorne verlassen. Und da wurde hinten, ja, ein Teil angebunden, die Augen verbunden, ja, dann hat der Pastor noch ein Blöcke gepredigt. Und dann 15, 10 Mann, also 10 Mann hatten Munition, da mussten wir mit offener Kammer, nein, auch mit offener Kammer, wieder raus. Munition, und dann, ja, der Batterieshot war der Dings, der Planmann von Bindauer-Polze, schießen, ja, da, ich weiß nur, dass da der Nächste, ich kann sagen, ich weiß gar nicht, verstehst du, aber ich verfolge solche Dinge mit, äh, äh, ich kann sagen, mit Wachsamkeit, ja, und Interesse ändern kannst du da nicht dran. Und manche, wenn unsere, unsere hier, diese Blökmänner, die hätten gesagt, da hätte ich gesagt, hier schieße ich dich. Ja. 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 Na gut. Ja, 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 ja. Ja.